Ich und Maxi, wir machen jetzt die Baby Food Challenge und wir haben jetzt alle drei, also wir haben jetzt beide drei Baby Breie geholt. Maxi hat welche geholt, ich habe welche geholt, aber wir wissen nicht, was für Sorten das sind. Ich möchte mal eine Überraschung für Maxi planen und ich mache heimlich Chili Baby Brei. Ich mache das auf, tue da Chili Soße rein und mal gucken, wie Maxi darauf reagieren wird. Maxi weiß wirklich von gar nichts, der denkt, dass ich einfach ganz normale Sorten genommen habe. Die ersten beiden sind normal, aber er weiß überhaupt nicht, dass in der letzten Chili Soße drin ist. So, die Baby Breie sind fertig, jetzt geht's nach Maxi. Also wir haben jetzt hier, die haben ja gekauft, ich muss jetzt die drei essen und die haben die drei. So, wir fangen mit dem ersten, wir müssen dann aufmachen, aber du fängst mit dem ersten an, dann das zweite und dann das dritte. Okay, das ist eins. Und ich erste, zweite, dritte und wir müssen dann erwarten, was das für eine Sorte ist, ne? Eins. Ich wollte gerade schon das Ding haben. Ob nicht, dann bist du dumm. Hä? Was ist das denn? Oh, Maxi. Was, 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 was? So. Boah, ihr Kind, das wird schon. Nein, Maxi, du darfst nicht, du darfst nur nach dem Geschmack, ähm, nichts anderes, nichts anderes. Boah. Egal wie das aussieht, egal was das ist, du darfst nur nach dem Geschmack bewerben. Hahaha. Hehehe. Das schmeckt eigentlich ganz lecker. Das ist so ein komischer Nachgeschmack. Boah. Irgendwas mit Gemüse. Gemüsesuppe? Warte. Darf ich abreißen? Nein. Okay, du tippst Gemüsepappe ein. Ich glaube, ich werde es sagen. Apfel, Apfel. Was ist das? Apfel, Karotte. Apfel, Karotte. Darf ich abmachen? Apfel, Karotte. Mal nach. Mal nach. Was hast du da zufällig? Birne, Müsli. Warum Birne, Müsli? Ich habe Gemüsesuppe und dabei ist das Kartoffelcremesuppe. Okay, keiner kriegt einen Punkt, es steht 0 zu 0. Wir haben voll am Leben getestet, ey. Warum müssen wir das mal aber los? Hahaha. Die Scheiße geht nicht so. Ist egal. Okay, Nummer 2. Das ist die Nummer 2, ne? Was ist das hier, die Nummer 2? Das ist Nummer 2? Ja, liebe Schubli, guck mir, seid bestimmt noch nicht bereit auf die Nummer 3. Hast du das nach Heftigkeit geordnet? Mhm. Hahaha. Ich habe das irgendwie hier. Hihi, wie sieht das aus? Hihi, 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 hihi. Nein, meinst du ist irgendwie so bröseln hier? Die Karotten. Eigentlich auch Karotte. Warte. Ah, steht mir auch 0 zu 0. Karotte tippe ich mal. Boah. Tomate? Okay, wir lösen auf. Ich ketsche jetzt Karotte und Tomate. Ah, Karotte, ich hatte recht. Tomate! Okay, 1 zu 1. Das ist ein Scheiß, ey. Boah, immer noch einen komischen Geschmack im Mund. Der ist so bitter. Ach, egal. Ich meine Pflaumen, Birnen, das war ja noch ganz lecker, aber Karotte. Schmeckt das? Das geht eigentlich. Ich habe das extra für mich ausgesucht, weil das ist auch so eine Kacke. Was ist das? Nicht ausschütten, Maxi, nicht ausschütten. Okay, ess. Okay, ess, Maxi. Ist das nicht? Ich kotz merke ich. Nein, Maxi, bitte. Komm, einmal. Fang du an. Boah, das riecht nach Scheiße. Maxi, nimm du. Wir machen gleichzeitig. Wir machen gleichzeitig. Aber wenn ich kotze. Egal, dann kotzt halt auch. Nimm mehr, nimm mehr, Maxi. Nein. Okay, dann nimm das bisschen. Klinger Scheiße. Wie ist es? Noch, was? Noch, was? Irgendwas mit Chili. Irgendwas Scharfes. Irgendwas Scharfes. Nein. Ich kotze gleich. Chili. Ich soll denn in Babybrei Chili sein? Das geht doch gar nicht. Erst noch ein Stück. Irgendwas Scharfes. Noch ein Stück. Aber es ist dumm. Nein, es ist ein bisschen. Was ist das? Wie schmecken dein? Also, keine Ahnung. Irgendwie Mango. Senf. Boah, keine Ahnung. Okay. Was tippst du ein? Keine Ahnung, weißt du? Scharfe... Scharfe Gemüse. Vielleicht, was du gerade noch gesagt hast. Chili. Okay, dann tipp das ein. Ich. Kürbis! Ach, ich hab gar nichts eingetippt, egal. Doch, du hast Mango irgendwas. Ach ja, du. Boah, das sieht aus wie Dünnschitz. Ich hab da heimlich Chili-Sauce draufgetan. Dann hab ich Chili draufgeschrieben. Ich hab da unten, da war noch ein bisschen Platz. Dann hab ich da Chili-Sauce genommen und dann da reingefüllt. Einfach. Du wichst. Wir machen die Chili-Challenge doch immer auf. Warum? Ja. Das ist nicht gerecht. Sowas hat nicht gezählt. Trotzdem hab ich es richtig. Ich hab zwei. Ich hab nur eins. Okay. Gewonnen! Ja. Wenn ihr die Ballon-Challenge sehen wollt, dann klickt auf den Bildschirm. Oder wenn ihr noch das Longboard-Rennen von der S-Kurve sehen wollt, dann klickt auch drauf. Oder wenn ihr uns abonnieren wollt. Dann abonniert uns. Um kein Video mehr für uns zu verpassen. Ja. Okay, weil die Ballon-Challenge nichts geworden ist. Machen wir jetzt eine Karaoke-Challenge. Und wir zeigen jetzt noch ein paar Sachen, die man zeigen kann, die passiert sind. Ich hab den zur Stoff gekommen. Ich will mich beschweren. Die haben einfach hier da so ein Dich durchgebrochen. Eine. Was steht da drauf? Was muss ich machen? Eine Handtasche. Nee. Wie geht das? Ja, muss die schon selber rausgehen. Ja, so. Ach so geht das. Schau mal, ey. Fängst du mal mit der Handtasche? Nein. Kati! Wir fangen mal nicht an. Kati, du musst Zeit stoppen. Aber ich muss nicht pumpen. Nein, hör auf mit Pumpen. Ja, wir machen ohne Zeit. Ich will die Röme für. Ich will die Röme für. Ich will röpfen. Ich will röpfen. Ich will röpfen.